Ja, gequetscht! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Happy Wheels! Und wir fangen auch gleich an... Momentchen mal! Ich habe etwas vergessen zu sagen. Und zwar... Tja, gestern habe ich es ja geschrieben in Facebook. Also gestern war der 29.10. Ja, habe ich ja geschrieben, dass keine Happy Wheels Folge kam. Ich habe davor eigentlich normalerweise ganz normal aufgenommen. Und plötzlich... BAM! Hm, hat er nichts aufgenommen. Super! Die ganzen Levels, die ich an dem Tag gespielt habe, sind nun in der Gelöschtliste. Und ein Klikler, also der Server Administrator, den erreiche ich nicht, weil er nicht online kommt. Beziehungsweise in Facebook die ganze Zeit was posten. Aber ich kann hier bei Facebook nicht schreiben, weil mich auch irgendwie niemals Freund annimmt. Und... Moment, eigentlich haben wir ja Kontakt, aber das ist leider nur über Skype. Und naja, auf jeden Fall. Keine Sorge, das wird noch geregelt. Gut, und wir fangen jetzt auch sofort an und hören jetzt unbedingt... Das war nur eine kleine Information an die Leute, die schon was gemacht haben. Und jetzt sich vielleicht fragen, wieso kommt denn jetzt nicht mehr mein Level? Das kann jetzt etwas dauern, da wir erstmal herausfinden müssen, welche Levels jetzt da nicht mehr... Äh, da nicht mehr vorhanden sind. Beziehungsweise in der Gelöschtliste sind, die ich eigentlich gespielt habe. Mhm. Gut. Wir fangen dann jetzt aber auch an. Und zwar hat sich gewünscht... Es gibt leider keine neuen Maps jetzt dementsprechend von mir, also für mich. Aber egal. So. Nur die Halloween-Special-Maps und es sind ja nur zwei. Immer noch. So. Gewünsch von Vinyl Shark. Crimson Forest von Kirby Pwnage. Aber das hatten wir doch schon, oder nicht? Ich bin mir sicher, dass wir das schon hatten. Crimson Forest. Das ist doch dieses Horror-Ding da. Ah! Ja, hatten wir schon. Deshalb weg damit. Und auch zum nächsten Level. Gewünscht hat sich der Black Dragon Swords Row Sucker von Karwin 1. Swords Row Sucker. Karwin 1. World largest happy. Was? Egal. Swords Row. Worm ist denn? Swords Row Sucker. So. Los geht's. Äh. Cristiano Ronaldo. Und... Ach so. Na ja, okay. Oh Gott. Ich weiß, wenn ich... Oh, Tor! Tor! Momentchen mal. Wieso hat der ein Schwert im Kopf stecken? Tja. Auch im Tode macht er noch die Tore. Ist mir egal, wer auch immer das sein soll. Messi! Ich bin kein Fußballfan. Ich weiß gar nicht mal, wer Messi ist. Egal. Und jetzt sehen wir, wie der Schiedsrichter versucht hier gerade sein Rückgrat zu brechen. Das ist aber irgendwie nicht scharf. Jetzt nimmt er an. Und er hat ein Schwert. Was hat er damit vor? Oh, das war... Das war aber ganz schön knapp, meine Damen und Herren. Verdammte Scheiße! Ich muss dran kommen. Ich kann so nicht weiterleben. Verdammt. Und er hat sich selbst umgebracht. Und damit ist kein Spieler mehr im Leben. Und wir können die Weltmeisterschaft vom Fußball abschmieren. Und da es keine Zollenspiele mehr gibt, können wir sie auch alle in den Müll kloppen und brauchen kein Fußball mehr gucken. Tading! Nein, natürlich nicht. Ich meine, Meisterschaft gucke ich auch gerne. Egal. Gewünsch von Unbekannt. Zero Gravity von Spider Six. Also ich denke mal, es ist Spitter Six. Hm. Zero Gravity hört sich cool an, wenn ich wüsste, wo das ist. Da. Zero Gravity. Oh Gott, hilf weg! Petra, halt dich fest! Arschbombe! Oh Gott! Scheiße! Menschen! Verdammte Scheiße! Wir haben es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich glaube auch! Moment, Daumenbank-Coin, ich will da hin! Äh, Spombe! Okay, ja, Spombe! Ach, verdammt! Ja, so ging es mir auch das erste Mal im freien Fall. Oh Gott! Ich lebe noch! Juhu! Yes! Muss da hinten hin! Oh, oh, oh! Nein, nicht der Kopf! Oh, oh! Petra, geh mal aus dem Weg! Aua! Aus dem Weg! Ich muss da hin, verdammt! Äh! Mann, oh! Ich schaff das noch! Es ist nur noch die rechte Linie! So, jetzt aber! Oh! Abprallen! Nicht so! Oh! Oh! Petra! Verschalten! Und? Ja! Ist da noch wer? Ne? Oh, Petra! Tja, die hat es ja auch verdient! So! Was sucht sie sich auf solch einen Ort aus? Gewinchen von Unbekannt! Epic Jetpack Jetwall! Von... Ring, 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 ring! Bandelfon! Auch genannt Bandelfon 23! Ey, 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 ah, jetpack, jetwall, also ich bin zwar hier irgendwie ein hässlicher Pinguin, aber das ist mir egal, dann wo ist meine Maske, oh Gott, ich lebe trotzdem noch, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, hört ihr, reiche, oh, okay, oh, das ist ja so eine geile Idee, aua, verdammt, meine Maske, okay, oh, oh, aua, verdammt, das war uns auch nicht steuer, aua, kann, aua, boah, da ist der Pinguin, das kann man echt nicht steuern, aua, ja, jetzt aber, boah, dicht, dicht dran vorbei, boah, nicht so schnell, nein, meine Maske, aus, boah, verdammte Scheiße, Boah, verdammt, okay, oh, was ist das, okay, ist gar nicht so leicht, oh, los, Kopf, Körper, Mann, oh, oh, ich will doch nicht weiterleben, Dankeschön. Verdammt. Aua. Aber warum ist man in so einem Pinguinanzug? Aua. Ist doch nicht wahr. Oh. Sieht ja gut aus. Das ist ja weniger. Scheiße. Aber man kann hier auch nicht langsamer werden. So. Jetzt pass mal auf. Shadpank. Hör auf mich. Oh Gott. Eben noch. Ich glaube jetzt nicht mehr. Jetzt war ich tot. Oh. Ich schau wieder. Ich will es auch nicht. Damn. Sobald man sein Unterleib verloren hat, hat man ja verloren. Ich schaff das noch. Verdammt. Au. 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 Wir werden jetzt hier oben bleiben. Au. Au. Ich werde das Ding packen. Au. Aua. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Verdammt. 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 wird das Internet verbuggt. Nein. War es ganz sicher nicht. Egal. Jetzt da wir das schon mal da haben. Gewinn von Roboty Boy. Mr. Nicodem. Hard. Von Roboty Boy. Das habe ich eigentlich schon gestern gezockt. Aber. Ja. Das ist das gleiche Level wie Sissis Hard. Nur ein bisschen anders. Weil Sissis Hard nie genommen wurde. So sieht es aus. Genauso. Ach das. Ja. Hoppala. Naja. Nicht so schlimm, Kindchen. Passiert jeden Mal. Penis. Oh. Ey. Voll gut ausgewiesen. Das läuft ja besser. Scheiße. Leute. Irgendwas war an diesem Level faul. Au. Ich meinte. Ja, Kindchen. Das kommt da auf. Wie hängt der denn da? Ah. Papi, Papi. Ich werde für dich gewinnen, Papi. Ich werde es schaffen. Ja, ja. Mach du. Ich komme nicht weiter. Du verlogenes Stück Scha- Ah. Oh Gott. Ausgewickelt. Nein. Nein. Scheiße. Au. 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 Fahr Fahrrad. Fahr. Ja, ist gut. Papi, Papi. Oh Gott, Papi. Papi, Papi. Was tut mir das so leid, Papi? Oh, das ist das so leid. Oh, 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 oh. Ach. Aus dir weg. Ach, sie, aus dir weg. Hä? Verdammt. Scheiße. Aua. Oh nein, 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 nein. Papi. Aaaaah. So nicht. Oh oh. Los, Kind. Aaaaah. was ist mit dir geschehen? Ich weiß es nicht. Da jetzt aber ausgewischen. Oh, wirklich. Und Jump. Und Sprung. Oh Gott, nein. Nein. Da war ein Ziel unten. Los her, zeige mir, wo es lang geht. Da ist das Ziel. Und da geht es nicht weiter. Genau, reingelegt. Dieses Level war nicht beendbar, aber ich habe es bis zu dem Ziel geschafft. So, ein Gewicht von Shoso100. Eaten von Sebas Nachos. Ne, Nachos. Oh, Sebas Nachos. Oi. Eaten. Da haben wir es. So. Ähm, Papi? Ja, ja. Ich merke schon. Ich weiß nicht, ob das richtig... Oh Gott. Wie der Vater, so der Sohn oder was? Oh Gott. Wieso bist du hier reingefahren? Das war nicht meine Absicht, Kindchen. Nicht meine Absicht. Wo sind wir hier? Ich fühle mich so benommen. Das macht das Arschloch. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wir schaffen das schon. Ich wollte nie... Ich wollte nie ausgeschissen werden. WTF ist das da oben rechts? Das eat you. Ne, ate you. Ekelhaft. Und wir kamen... Moment mal, der Hintern hat uns gegessen. Jedenfalls besagt das dieses Bild. Paradox, paradox. So. Gewünscht von unbekannt. Bashing Box 1.0 von Super Lama 33. Tja. Bashing Box 1.0. Super Lama. Okay. Ähm. Ich weiß vielleicht nicht, was das Trinken hier macht. Warte. Grab Space. Go forward. Tö. Gleich tö. Doie Schweine. Ei. Das ist jetzt super. Auf und retten uns. Ne. Ich bin der böse. Super Opa Deluxe. Hahaha. Zehn Stärken ist mir egal. Das ist meine Supermaschine. Was will ich damit? Ha. Natürlich. Klettern. Mein Gott ist das geil. Und ich werde... Ich werde die ganze Welt damit erobern. Los. 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 Ich werde siegen. Oh. Oh. Okay. Vielleicht nicht ganz. Ich werde siegen. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich. Ich. Ey du blöde Maschine. So. Ich schaff das noch. So. Jetzt. Ah. Verdammt. Sie wollten mir also eine Falle stellen. Hä? Ich. Ich schaff das. Ich schaff das. Ah. Ja. Ja. Ich hab's euch gezeigt. Ah. Hahaha. Explosions. Auch wenn das keine Explosionen sind. Macht aber nix. Ah. Ich werde die Welt zerstören. Ah. Haha. Und. Was geschieht. Wird. Super Opa die Welt zerstören mit diesem Gerät. Oder wird das sein eigenes Verderben werden. Wir werden es vielleicht noch erfahren. Gewünscht von. Unbekannt. Jam let's play Witze. Von. Big. Piranha. Okay. Jam let's play Witze. Da bin ich mal gespannt ob sie lustig sind. Ähm. Pete's Meat. Baby. Jam let's play Witze. Da. Weil der Manu einfach geil ist. Aha. Er heißt Manu. Wusste ich gar nicht. Gut. Jo. Du musst Timmy loswerden. Au. Okay. Okay. Nochmal. Hi. German let's play und andere Leute. In diesem Level geht es um Witze. Aber später auch noch um mehr. Schau auf das was in der Kammer über dir ist. steht dann fahre durch den blauen Balken und den Witze aktivieren. Viel Spaß. Checkpoint. Ah. Achso. Verrammt. Ja. Geh mir euch den Weg. Aber Papi ich will hier nicht oben sein. Doch doch. Besuch den Kanal. Hi German let's play. Gibst du das die beste Zeichnung die du von dir je gesehen hast. Ich bin nicht German let's play. Ich brauch das nicht entscheiden. Was ist rot dreieckig und lebt unter der Erde. Ein rotes Dreieck welches unter der Erde lebt. Da bin ich mir sicher. Juhu. Das sieht nach Spaß aus. Hä? Achso. Ein roter dreckiger Maulwurf. Achso. Jetzt verstehe ich. Mhm. Ja. Na? Gronkh. Du. Ähm. Gronkh. Du hast da Kohle übersehen. Ähm. Ich könnte mein Fernseher nehmen. Über 5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an RTL. Ich könnte auch meinen Monitor nehmen. Aber der ist zu schwer. Tja. Ähm. Was für Schleichwitze sind hier. Gut. Was steht da? Du. 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 Ende. Was? Hartz 4. Geil. Hartz 4. White Titty Style. Okay. Heißt das nicht? Hartz 4. Hartz 4. Hartz 4. Wer bezahlt mir jetzt mein Bier? Du darfst nun den Checkpoint benutzen. Fahr so, dass dein Vorderrad den schwarzen Strich berührt. Dann drücke kurz Leertaste und halte dann nach rechts gedrückt. Anschließend einfach fallen lassen. Ach so. Sag doch gleich, dass es Rope Swing. Mann. Gut, dass es ein Checkpoint gibt dafür. So. Ab nach unten. Vorderrad. So. Und jetzt. Ajo. Killer Tofu. Scheiße. Was erwartet uns da unten? Werden wir es je erfahren? Wir haben schon fast 20 Minuten erreicht. Ach du Scheiße. Nein. Glaube ich nicht. Ich hatte nämlich am Anfang Probleme. Also. Nein. Nein. Fahrrad. Aus. Ey. Ich muss das nicht machen. Ich mach das jetzt anders. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich das mache. So richtig Thomas Anders Style. Dammit. So. Mein. Ja. Wenn der schleicht wird es... Ah. 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 Ah.